Musik Jeder Typ, der sich in sie verliebte, hörte von ihr die heilige Dreifaltigkeit der Dinge, die er niemals mit ihr haben würde. Erstens ein Kind, zweitens eine gemeinsame Wohnung, drittens ein gemeinsames Bankkonto. Sie konnte für sich selbst sorgen. Ich mache meiner besten Freundes und Frauen. Am Ende war sie immer glücklicher allein. Die quälte Seele nannte Popeye sie einmal. Musik 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017